. 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 Ich kann wieder länger dauern. Ja, ich weiß, Dominik ist gut durchgekommen. Ja, warte, wir haben ja nur das mal vor uns doch. Was die? Es geht doch jetzt zu sehen, Hl. Ja genau. Hl, Hl. 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 Was du schon fast aus? Hl. 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 Das escalation schnell. Hl. Oh, mein Mann. Ha 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 ha! Super Jungs! Lündert euer So Reichelt! Wasser zum Wasser! Heeeeeeeh filme! Ha 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 ha! Ich hab mein Handy da angehört! Das passt schon! Ha ha ha! So! Aufwand! Aufwand! So, das ist schon gut das Crazy Warum? Ja, ich habe größere Reifen. Ich habe da noch größere Reifen gehabt. Boah, wie ein 1kw Fahrer. Ich habe noch 2m Schlinge. Ob sie was bringen. Ohne Karabiner nicht. Halt ruhig mit. Gib mal Gas. Gang rein. Gang rein. Gang rein. Auf dem Vorbeeren zurück. Schieb doch nochmal mit deiner. Schieb aber auch anlaufen. Ich weiß nicht, dass ich wirklich gleich hätte. Schieb aber nicht. Ich hab's noch einen Bisschen. Verwanderung, Verwanderung! Ich weiß noch nicht, dass du denn gemacht hast, dumme nenne Also ich weiß jetzt nicht, wo das Problem war Ich weiß nicht, wo das Problem war Hey, jetzt bin ich auf Reserve Ich muss zurück Nee, es gibt keinen Schuhe mehr Warte, warte noch ein bisschen Ja, jetzt gehe ich Das klingt gerade schon Ist das schon vorne oder? Nein, das... Doch Warte Gucken, ob es richtig geht Ey, wir haben noch 35 Minuten Wir haben alle wegkissen erst mal Also ich fahr jetzt Ich fahr jetzt Aber ich würde jetzt sagen Da noch durch und dann Richtung Ausgang Ich zumindest Das sind normalerweise noch 10 Kilometer Ich muss ja hier nicht voll Ich will die ja eh leer haben zum Aufladen Dann muss ich weniger raussaugen Ich muss auch pissen und kaputt mehr oder andere Lass mal Daniel hinter mir fahren Hälter Puh Fahrlang! 12 Sekunden später 10 Sekunden später weiter los wanting ahh 5 noch mal weiter stop für unsere Ohne, das tut aber ich hab's ja gebraucht. Eine Minute, 37 Sekunden in Späte. Oh, jetzt wird aber langweilig. Zweimal war okay, aber dreimal ist jetzt öde. Junge. Junge, mach mal die Post, mach mal die Post. Ich hab noch Video. Ja, da haben wir eine Kupplung. Der Motor ist in der Kupplung. das ist einfach ne? hey dumme du weißt dass hier grad jemand mit der LTZ durchgekommen ist ne? und ja egal ist da nicht gut oder was? ne 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 da ist die Kante da hat ungefähr so viel Platz ja aber wenn du da schräg runter fährst danach ist ja easy hä? da musst du ja nur schräg runter dann ist danach doch easy oder nicht? ja ich weiß nicht ne rock an rock roll rock rock Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020